Hey Leute und herzlich zurück auf meinem... Bro, was? Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir warten alle auf Season 7 und deshalb habe ich mir gedacht, wir spielen auf OG-Basis endlich mal wieder eine kleine Runde. Legend suckt. Ich stelle euch die Kandidaten vor. Ganz viel Spaß und wenn ihr auch mal mitspielen wollt, schaut auf jeden Fall in den Streams vorbei, die machen nämlich richtig Bock mit euch. Viel Spaß im Video. Peace. Wer mitspielen will, einfach auf Discord-Server kommen. Und wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, hier ist der Code, den Code könnt ihr scannen, dann kommt ihr auf den Discord-Server. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, auf OG-Basis... Pleasant Park, ne? Dieser Fußballplatz. Pleasant Park, Fußballplatz. Wichtig, wir treffen uns da. Keiner bringt Waffen mit, keiner irgendwas. Keine Munition, keine Waffen, nix. Nein, nein, nein. Probieren einmal ganz auf Correctness, Chat. Einmal auf Correctness, wir probieren... Einfach alle Pleasant Park, Fußballplatz. Jeder kommt. Keiner ist gemein zu den anderen. Wir gehen alle Pleasant Park, Fußballplatz. Keiner pickaxe, keiner bringt Waffen mit. Einfach auf chilliger Basis. Wir treffen uns hier in der Mitte. Leute, kommt alle runter. Kommt alle runter. Oh, hey, korrekt. Korrekt. Sehr geil. Also ganz kurz, da geht auch ein fetter Shoutout an die Community raus. Jeder ist hier. Keiner schießt. Absolut insane. Da muss ich auch mal ganz liebe Grüße an die Community sagen. Legend sagt, bitte alle vor mich. Jawohl. Super. Machen wir ein kurzer Foto. Klasse. Wir fangen einfach an. Legend sagt, ihr geht jetzt looten. Öffnet aber nur so zwei, drei Kisten. Auf schnelle Welle. Und bringt alles, was ihr so schnell findet, hierher. Genau hierher. Und los. Ich bin sehr gespannt, wer von denen allen jetzt guten Loot hat. Ne? Aber denkt dran, nur ein, zwei Minuten. Nur ein, zwei Minuten schnell looten hier Pleasant Park. Wir haben Zonen-Click. Das heißt, wir können ruhig uns ein bisschen Zeit lassen. Oh, Travis auch am Start. Oh, ein Krönchen auch am Start. Sehr big. Behaltet ruhig mal den Loot. Ich will nachher sehen, wer so ein krasses Loot mitgebracht hat. Alle da. Hey, hey, hey. Noch dein Loot behalten. Noch dein Loot behalten, bitte. Okay. Legend sagt, stellt euch alle auf. Intelligenztest. Droppt euren Loot. Okay. Intelligenztest hat funktioniert. Super. Mal, schlau aus der Community da. Legend sagt, droppt euren Loot. Droppt alles. Droppt alles. Munition, Mats, alles was ihr gelootet habt. Einmal alles droppen und einfach stehen bleiben. Oh ja, da sehe ich schon ganz schöne Waffen. Aber noch gar nichts Goldenes. Okay, dann sammeln wir einmal ein. Mmh, 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 oh, ein MG. Super, super. Okay. Ich nehme hier den Chucky, die Chak, Chak, Chak. Legend sagt, lauft alle zum Tor. Der Loot bleibt liegen. Ins Tor. Legend sagt, jeder schaut mich an. Dreht euch um. Ja, und beschissen hat er auch, weil er so viele Waffen dabei hatte. Gut, dass er raus ist. So, der erste ist weg. Legend sagt, springt hoch. Ah, ist nicht gesprungen. Okay, Legend sagt, hört auf, hört auf. Dreht euch nach links. Ah, leider raus. Legend sagt, lauft zwei Schritte zu mir. Er steht noch, ne? Ist falsch. Okay. Legend sagt, springt ganz schnell zum anderen Tor. Okay, er hat, er hat, er hat einfach dieses Legend sagt, springt zum anderen Tor zu ernst genommen. Ich küsse dein Herz, aber du kannst, also mit springen meine ich nicht leertaste springen, sondern rennen. Sorry, mein Fehler. Gibt hier Belohnung für dich, warte. Geil. Okay, okay, I like it, I like it. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit für das erste Duell. Wir nehmen zwei Schwitzer. Einmal du zu mir kommen. Legend sagt, komm du zu mir. Und Legend sagt, oh, hier, schöne Pickaxe. Du, die Frau hier in Pink einmal zu mir und einmal der Schwitzer zu mir. Ihr bekommt jetzt hier, paar Matts. Splittet die mal Hälfte, Hälfte. Nimm mal einer voll auf und dann mach Hälfte. Nimm mal zusammen die Matts auf. So, dann kriegt hier jeder eine, eine graue Pumpgun. Hier, du auch graue Pumpgun. So, dann hier noch ein bisschen Munition für euch. Legend sagt, ihr geht, der eine geht zu der einen Tribüne, der andere zu der anderen und dann fightet ihr euch gegenseitig. Und der Gewinner kommt weiter und der Verlierer geht raus. Beziehungsweise ist dann weg. Geht beide zur Tribüne, du zur anderen. Okay. Legend sagt, fight. Bin gespannt, weil die haben nicht so viel Matts, aber die haben eine Waffe. Legend sagt, fight. Ihr dürft fighten. Ihr beide. Oh, wir bauen die Skybase. Bin gespannt. Die müssen halt aufpassen mit den Matts. Aber sind verschwitzt. Sind verschwitzt. Chat, wenn ich, wenn, wenn ich Geld wetten würde, würde ich auf den Weißen tippen. Hat der Weiße gewonnen? Nein, er hat sogar verloren. Okay. G, G's. Du bist auf jeden Fall eine Runde weiter. Super. Mal ganz kurz, ob ich noch eine Waffe für dieses nächste Team habe. Ich würde sagen, wir nehmen zwei M4. Ich habe hier einmal eine graue M4. Lass die mal noch liegen. Und hier noch eine graue M4. Ich würde sagen, wir nehmen hier wieder den Reaper. Reaper Pickaxe. Legend sagt, wir nehmen die zwei weißen Skins. Die fighten jetzt gegeneinander. Bitte, jeder nimmt eine M4. Jeder geht jetzt zu einer Tribüne. Ihr kriegt keine Matts. Ihr kriegt keine Matts. Wir machen jetzt auf Null-Bounce-Style. Legend sagt, fight. Ja, okay. G's. G's. Einmal zu mir die M4 weglegen. Jawohl, super. Genau so. Komm, Legend sagt, kommt die zwei letzten hier noch zu mir. Der Frauen-Skin und den anderen. Den kann ich nicht sagen, wie der heißt. Einmal bitte zu mir. Ihr geht jetzt. Jeder geht zu einer Tribüne. Und dann rennt ihr aufeinander los und pickaxet euch. Sobald ich sage, let's go. Boah, ich glaube, die rote Frau hat schon einen Schlag gut. Ja, stark. Stark, stark, stark. G's. Ihr drei seid weiter. G's. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. So, Zone passt auch super. Zone passt super. Wir sind alle, wir sind super im Plan hier. Legend sagt, stellt euch ins Tor. Äh, genau. Jeder darf so ruhiger. So, jetzt müssen wir uns was schweres überlegen, ne? Legend sagt, nur der weiße Skin hüpft. Okay, super. Legend sagt, nur die Frauen-Skins hüpfen. Sorry. Sorry. Dann haben wir hier unsere zwei Finalisten. Sehr, sehr stark. Ich hole euch mal ganz kurz zwei Waffen. Wir machen das hier auf Oldschool Basis. So. Für den Weißen gibt es die Pump und eine SMG. Das sind 200 Mets. Sind für dich. M4 und Tech. Man darf ja auch mal ein bisschen einen anderen Loot hier spielen. So. Das ist für dich auch 200 Mets. Aber, ich glaube dein Loot ist besser, weshalb du den Busch bekommst. Schlechter, darum bekommst du den Loot. So. Ich weiß nicht, wie viel Leben ihr habt. Ich glaube, bei dir war ein bisschen unfair, weil du hast Dinge. Ja, du. So. Das sollte ungefähr gleich sein. So, ich bin sehr gespannt, was passiert. Es ist fast das Finale. Für das Finale habe ich mir noch was Tolles überlegt. Die Frau in Rot einmal bitte zur Tribüne. Und der Busch einmal zur anderen Tribüne. Die Mets. Moment, Moment, Moment. Die Mets darfst du nicht einsammeln. Sonst ist es unfair. Okay, jetzt kannst du. Legend sagt, macht beide ein Emote. Wenn ihr bereit seid. Hat der Busch einen Emote? Ich sehe es nicht. Hat schon, ja. Legend, ready to fight? Let's go. Oh, gut, 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 gut. Direkt Shots gefeuert. Oh, guck mal. Ein Sweater für High Ground. Oh, der Busch hat kassiert. Der Busch hat böse kassiert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Weiße ist genauso lost wie ich in Fortnite. Aber er hat gerade einen guten Hit gelandet. Oh, GGs. Aber, das war nur das Halbfinale, meine Freunde. Die Frau hier wieder full life ist. Hier ist es noch Mais zur Not. Die Frau in Rot. Nehm ruhig den Busch. Nehm ruhig den Busch. Genau. So, ihr beide kommt jetzt einmal zu mir und stellt euch hier auf diese Linie. Alle Waffen, was ihr habt, legt ihr weg. Alle Waffen weglegen. Hast du noch was? Jawohl, super. Weil ich lege jetzt hier alles hin. Weil ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die sich an die Regeln halten. Darum hier. So, ein bisschen verteilen den Loot. Ich sage jetzt los und dann rennt ihr da hin und lootet das, was ihr wollt. Und dann kommt er wieder zu mir. Denkt dran, hier liegt Loot und hier liegt Loot. Legends sagt, auf die Plätze. Fertig, los. Denkt dran, an dem Tor liegt auch Loot. Vielleicht wollt ihr da noch was. Der Rote hat 40 Leben mehr. Ja, aber dafür hat er auch den Busch. Okay. Dann würde ich sagen, Filu geht rechts ans Tor. Diese Frau geht links ans Tor. Ich mache hier kurz in der Mitte Ich mache hier kurz in der Mitte dieses Gebaute weg. Spar ruhig deine Munition. Legends sagt, kämpft, der letzte Überlebende gewinnt. Fight! Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Schaut mal, was die da bauen, Chef. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Schaut euch das an. Das ist der Grund, warum ich lieber ohne Bounce-Spiel, Chef. Wow, guckt euch das an. Wow, Filu hat einen Grappler wie unfair. Und MG hat er auch. Oh, no way. Cheat, cheese an Filu. Cheat, cheese an Filu. Das, meine Freunde, war mal wieder Legends sagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst auf jeden Fall den Video einen Daumen nach oben da. Und falls ihr auch mal mitspielen wollt, ihr wisst, wo ihr die Streams findet. Und viel Spaß jetzt in Season 7.